Hallo und willkommen zurück zu Yes The Lads. Ich bin Miriam. Ich mache Videos über Minimalismus. Heute mal ein sehr selbstreferenzielles Video. Und gleich zum Anfang die Warnung, falls ihr keine Lust auf ein Laber-Video habt, dann ist das hier nicht euer Video. Ich möchte heute über die Videos reden, die ich gerne gemacht hätte, aber aus verschiedenen Gründen nicht gemacht habe und jetzt auch nicht mehr die Gelegenheit habe, haben werde, sie zu machen. Für euch, wenn ihr zuschaut, hier die Aufforderung, wenn euch irgendein Thema davon interessiert, dann macht euch gerne dazu Gedanken, recherchiert dazu, schaut, ob es bei YouTube was gibt. Ich werde, wenn ich Sachen habe, werde ich auch weiterführende Quellen sozusagen verlinken in der Infobox. Ansonsten, falls ihr selber Content macht, sprich Videos oder Blogbeiträge oder Kolumnen, was auch immer, ist mir egal, bitte bedient euch. Diese Ideen hatte ich alle mal und habe sie aus verschiedenen Gründen nie durchgeführt, aber ich wäre sehr froh, wenn das jemand machen würde. Ich glaube, einige Themen davon lohnen sich tatsächlich. Es gibt natürlich, gerade zu Anfang muss ich das sagen, es gibt viele Bücher, die ich gerne noch rezensieren würde. Einige habe ich aus den Kommentaren. Marie Kondo hat jetzt ja auch ein neues veröffentlicht, das irgendwie so eine Art Bildband ist oder so. Ich glaube, es geht um Einrichtung. Das kostet allerdings 34 Euro. Nein. Dann natürlich, ich hätte immer noch gerne mein absolutes Lieblings-Minimalismus-Buch rezensiert und zwar heißt es Discardia. Discardia ist so eine Art erfundener Feiertag, der dreiteilig ist. Der wird also dreimal im Jahr gefeiert und jedes Mal hat er eine andere Bedeutung. Im ersten Schritt geht es dann tatsächlich ums Ausmissen und dann im zweiten und dritten Schritt sozusagen nicht nur Platz schaffen, sondern auch den Platz mit etwas Neuem, Gutem füllen in seinem Leben. Das hat auch ein bisschen was mit Produktivität zu tun. Aber ich will jetzt gar nicht direkt drauf eingehen. Falls euch das Buch interessiert, ich lasse euch den Link mal da. Ihr könnt euch mal die Rezensionen angucken oder die Webseite der Autorin und dann könnt ihr entscheiden, ob das was für euch ist. Das Buch gibt es bisher nicht auf Deutsch. Das ist sicher auch noch ein Hinderungsgrund. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt viele Bücher, die ich noch gerne rezensiert hätte. Ich belasse es einfach bei dem, was ich jetzt noch dieses Jahr schaffe. Dann ein Thema, was mir noch sehr am Herzen gelegen hätte, was mir auch, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht hätte. Ich werde dieses Thema nicht komplett aufgeben, sondern weil es ein, auch ein Literaturgenre ist, werde ich es auf einem anderen Kanal behandeln, allerdings erst nächstes Jahr. Und das Thema ist Solarpunk. Ich hatte das schon mal kurz angesprochen in einem meiner Favoritenvideos, wo ich euch auch so eine Art Rechercheauftrag gegeben hatte, weil ich jetzt selbst gar nicht so viele Quellen hatte. Solarpunk ist ja ein Literaturgenre, also parallel zu Steampunk oder Cyberpunk. Es ist aber auch eine Ästhetik. Es ist tatsächlich eine Bewegung und es geht darum, mit Technologie, mit Natur zu verbinden, sozusagen eine Zukunftsversion, wie wir leben können, im Einklang mit Natur ohne Technologie aufzugeben, sondern halt wie die Technologie uns helfen kann, naturverbundener zu leben und sozusagen wie eine Zukunft aussehen könnte, wo wir halt die Solarenergie und alles das integrieren in unser Leben und eine bessere Zukunft schaffen. Es ist eine sehr hoffnungsvolle Art, die Zukunft anzugucken. Ich wurde damals auch darauf hingewiesen, es gibt noch einen Kanal auf YouTube, der sehr viel in dieses Thema reininvestiert und das ist Andruism. Das werde ich euch auch mal verlinken. Ja, also das ist ein interessantes Thema, das man durchaus mal gut recherchieren kann. Ich werde es aufbereiten, aber ich werde es nicht mehr auf jetzt zuletzt schaffen. Dann ein kurzer Rückblick zu meinem Video über das allgemeine Werbeverbot. Da hatte ich mich ja für ein allgemeines Verbot von kommerzieller Werbung ausgesprochen. Und die häufigste Kritik, die ich da in den Kommentaren zugekriegt habe, war, ja, wer bist du denn eigentlich, dass du hier entscheiden kannst, was Bullshit-Jobs sind und was nicht? Und erst mal zu der Frage, ich finde die halt immer komisch, weil wollen wir über Inhalte diskutieren oder wollen wir über Personalien diskutieren? Ich glaube, das mit den Inhalten ist doch interessanter. Jedenfalls bezieht sich das jetzt aber nicht auf diese Frage, sondern auf den Begriff Bullshit-Jobs. Ich gebe zu, das ist mein Fehler. Ich habe gedacht, dass dieser Begriff schon im Mainstream angekommen ist. Ich habe auch schon mit Leuten darüber diskutiert. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass man das erkennt oder dass man den Begriff kennt, was aber offensichtlich bei manchen Leuten nicht der Fall war. Aber eigentlich hätte man das auch schon daran sehen können, weil ich normalerweise drücke mich ja so jetzt nicht aus. Ich sage ja auch nicht irgendwie Bullshit-Buch oder sowas. Bullshit-Jobs ist tatsächlich ein feststehender Begriff. Das kommt von einem Buch, was David Graeber veröffentlicht hat, das eben so heißt, Bullshit-Jobs. Und darin beschreibt er ein Phänomen, nämlich, dass es in unserer heutigen Zeit in der Privatwirtschaft Jobs gibt, die entweder komplett überflüssig sind oder sogar schädlich sind und für diejenigen, die sie ausführen, tatsächlich auch als sinnentleert empfunden werden. Und er hat, wie gesagt, ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich hatte dieses Buch hier. Ich wollte es lesen und dann sozusagen das Konzept Bullshit-Jobs vorstellen. Ich glaube, das wäre tatsächlich sehr gut gewesen, denn ich habe nicht so wirklich ein Video darüber auf Deutsch gefunden. Aber es gibt einen Wikipedia-Artikel darüber, den kann ich euch mal verlinken. Und ich hatte dieses Buch hier, ich habe es drei Monate lang nicht gelesen. Ich hatte einfach keinen Bock. Und ganz ehrlich, die Leute, die sich da unter dem Video beschwert haben, die werden dieses Video eh nicht sehen. Und ich glaube, die hat es auch gar nicht interessiert, dass es sozusagen ein soziologisches Phänomen ist. Ja, vielleicht noch für euch ganz kurz zusammengefasst. Es gibt tatsächlich verschiedene Arten von Bullshit-Jobs. Und er differenziert das auch. Die Shit-Jobs gibt es nämlich auch. Das sind halt die Jobs, also bei der Müllabfuhr arbeiten oder Raumpflege. Das sind halt diese Shit-Jobs, die nicht gut bezahlt werden, aber halt tatsächlich essentiell sind für unser System. Also System erhalten und Berufe hatten wir ja schon während der Pandemie. Ich arbeite im Marketing, ich habe nicht dazu gehört. Gut, also es gibt verschiedene Jobtypen. Es gibt einmal die Lakaien. Das sind zum Beispiel Rezeptionisten, die einfach nur dazu da sind, die Vorgesetzten wichtig aussehen zu lassen. Es gibt die Schläger, dazu gehört auch PR. Die werden gebraucht, um andere Unternehmen im Schach zu halten. Dann gibt es die Flick-Schuhs da, die Symptome von Problemen reparieren. Dann die Kästchenankreuzer, die irgendwelche Dokumentationen machen, also Excel-Tabellen und so weiter. Aber halt selbst keine nützliche Arbeit verrichten. Und die Aufgabenverteiler, zum Beispiel das mittlere Management. Wenn euch das mehr interessiert, dann verlinke ich euch den Artikel. Und ihr könnt natürlich auch das Buch lesen. Wie gesagt, ich hatte da irgendwie keine Lust drauf, obwohl es... Also es hätte mich schon interessiert, aber ich war unmotiviert. Kommen wir von Jobs zu Wirtschaft. Das ist tatsächlich auch noch ein Thema, dem ich mich gerne gewidmet hätte, weil ich mache hier ja viel Konsumkritik und auch Kapitalismuskritik. Ich kritisiere, wie mit Werbung und mit Konsum umgegangen wird in unserer Gesellschaft. Und dass Arbeit und... Oder dass das Verhältnis von Wert zu Arbeit gestört ist und auch zu Waren. Dass wir teilweise für ein T-Shirt 2,50 Euro bezahlen und das aber überhaupt nicht dem Wert des T-Shirts entspricht. Und es wäre einfach mal für mich interessant gewesen, zu schauen, welches alternative Wirtschaftssystem gibt es denn. Wie kann man sozusagen dieses Problem lösen, dass der Kapitalismus ja immer weiter wachsen muss und wir eigentlich aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskommen. Was wäre sozusagen als Alternative da? Und das Problem ist, ich bin Geisteswissenschaftlerin, ich kenne meine Grenzen und ich weiß, dass ich nicht klug genug bin und nicht genug Wissen habe, um die Wirtschaft in ihrer Gänze erfassen zu können. Und eine Ahnung zu haben, welche Auswirkungen das jetzt hat, wenn man einfach mal, keine Ahnung, in dieses System eingreift oder es versucht zu verändern oder was überhaupt passieren müsste, um dieses System zu ändern, wie man das machen könnte. Ich habe viele Bücher zu diesem Thema gelesen, ich habe viele Videos zu diesem Thema geschaut. Ich traue es mir nach jahrelanger Beschäftigung immer noch nicht zu. Ich habe ja nicht BWL studiert oder VWL oder was auch immer. Das, was dem am nächsten kommt, ist, glaube ich, dieses Buch, der Tag, an dem wir aufhörten, zu shoppen. Was ihr sicher halt mit der Frage beschäftigt, was passiert denn, wenn wir aufhören zu kaufen? Was passiert, wenn wir alle Minimalisten werden und nicht mehr konsumieren? Ja, aber ich selber traue mir das nicht zu, darüber ein Video zu machen, ein eigenständiges Video, weil das einfach so eine ultra komplexe Thematik ist. und ich mich da auch nicht gut drin auskenne. Sprich, man macht ja auch ein Video für andere und man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, das zu machen. Und es ist natürlich auch so, dass wenn dann jemand kommt und dann irgendwelche komischen Argumente bringt, dass ich vielleicht gar nicht darauf antworten kann. Vielleicht hat derjenige recht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ich fühle mich jedenfalls nicht klug genug, um so ein Video zu machen, was ich ein bisschen schade finde. Natürlich könnte man sich aus einer anderen Perspektive nähern, indem man einfach sagt, ich frage mal einfach und versuche mir Antworten zu suchen und sich Soda so ein bisschen dran tastet. Aber das ist auch sehr schwierig. Ich habe auch dieses eine Buch gelesen, ich glaube es heißt After Work, wo der Autor eine Welt versucht zu beschreiben, in der wir nicht mehr arbeiten. Und ich wollte dieses Buch eigentlich rezensieren, aber ich konnte es nicht. Ich habe einfach nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Und er hat zwar auch Beispiele gebracht, aber ich hätte es niemandem anders erklären können. Und da kann ich so ein Buch auch nicht rezensieren. Und da muss man einfach sagen, da schoße ich irgendwann meine Grenzen. Und ja, da gibt es Leute, die sind da sehr viel bewandert als ich. Die sollen das gerne mal machen. Ich hätte es gerne gemacht. Es ist ein Thema, was mich selber auch immer beschäftigt. Aber ja, leider ist es auch ein bisschen zu komplex. Ja, egal, leider wird es nichts mehr. Aber ich hätte sehr gerne ein Video über, oder eine Videoreihe über Alternativen zur Konsumgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Was das irgendjemand von den Minimalismus-Youtubern machen möchte? Hier bitte, die Idee könnt ihr euch gerne nehmen. Ganz anderes Thema. Ich hatte tatsächlich dieses Video schon gedreht. Ich habe es aber nie veröffentlicht, weil ich es dann doch irgendwie... Aber ich habe gedacht, es kommt bestimmt nicht gut an. Und zwar habe ich ein Video über In-Einrichtung gemacht. Minimalistische Inneneinrichtung. Wo dann zum Teil auch Tipps drin sind. Und auch so über Einrichtungsstile gesprochen wird. Ich finde zum Beispiel, dass mit Century Modern sich sehr gut als minimalistischer Einrichtungsstil eignet. Da kamen dann auch so Sachen vor. Falls ihr meine Roomtour kennt, dann wisst ihr, dass ich diese Wandbehänger habe. Also nicht mit Mandalas oder so, sondern mit richtigen Bildern drauf. Und die sind super praktisch, weil die kann man so klein zusammenfalten wie ein T-Shirt. Und dann nehmen sie nicht viel Platz weg. Aber es ist halt große. Also es bedeckt einen großen Teil der Wand. Und ja, all solche Sachen. Ich habe es letzten Endes zwar gefilmt, aber nie veröffentlicht, weil ich halt dachte, es interessiert bestimmt niemanden. Oder wenn es irgendjemand guckt, dann werde ich bestimmt dafür kritisiert. Weil ja Minimalisten keine Deko haben dürfen. Dann fand ich auch super interessant, Tiffany Ferg hat so eine Serie auf ihrem Kanal, die heißt Internet Analysis. Und da redet sie über Trends auf YouTube im Internet. Und sie hat auch ein Video gemacht über Minimalismus beziehungsweise Ausmisten. Und das fand ich super spannend. Das war allerdings jetzt mehr so eine Betrachtung von, ja, wie hat sich das Decluttering auf YouTube entwickelt und so weiter. Es war sehr interessant, aber was ich mir richtig gern gewünscht hätte, also was dieses Video leider nicht ist, ist eine Geschichte des Minimalismus. Das fand ich super spannend. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, bis, was weiß ich, alten Griechen oder so, Diogenes in der Tonne oder was auch immer. Sondern einfach so, sagen wir mal, ab den 80ern die Entwicklung. Wann war es im Trend? Wann ist das wieder abgeflaut? Wie ist das mit der Gegenentwicklung? Die 80er waren ja sehr konsumorientiert. Warum kam es da das erste Mal auf? Dann auch so, welche weltgeschichtlichen Ereignisse hatten Einfluss darauf? Wie war das mit 9-11? Die Weltwirtschaftskrise 2008. Das Erdbehen in Japan 2011. Was hat das alles gefördert? Wer waren sozusagen die Vordenker oder Vorbilder? Was gab es für Trends? Was gab es für Strömungen? Das fände ich super interessant. Auch im Vergleich zwischen dem westlichen Minimalismus und zum Beispiel dem Minimalismus in Japan. Fände ich super spannend. Oder auch den amerikanischen gegen den europäischen Minimalismus. Weil die amerikanischen Amerikaner ja sehr viel mehr konsumorientiert sind als wir in Europa. Wobei, so viel gibt es sich vielleicht nicht. Fände ich super, super, super spannend. Aber das ist halt echt ein Arschvoll Arbeit, um es mal auf Deutsch zu sagen. Dazu muss man am besten schon sehr lange dabei sein und die Trends so ein bisschen miterlebt haben. Man muss da sehr viel recherchieren. Man muss auch sehr viele Bälle in der Luft halten, weil es teilweise ja auch Dinge passieren, die sich irgendwie widersprechen oder so. Man muss halt irgendwie auch im geschichtlichen Hintergrund kennen, der jüngsten Geschichte. Und man muss davon sehr viel Ahnung haben, um irgendwie kompetent davon berichten zu können. Ich fände es super spannend. Ich würde es mir so wünschen, dass das irgendjemand macht. Das könnte auch eine mehrteilige Serie werden. Aber das fände ich super spannend, auch so zu sehen, wie sich die Trends auf YouTube entwickelt haben. Und ich weiß noch, dass ich Marie Kondo schon längst gelesen hatte. Da kam das auf YouTube total auf und war plötzlich in aller Munde. Und dadurch wurde auch der Minimalismus halt gehypt. Und ich glaube, erst seit dann ist Marie Kondo auch so erfolgreich. Also das sind schon interessante Zusammenhänge, die ich einfach wahnsinnig gern mal irgendwie aufgedröselt gesehen hätte. Wie gesagt, ich hätte sowas gern gesehen, aber es ist so viel Arbeit, also wenn ich nur darüber nachdenke. Selbst ich als jemand, der schon sehr lange in der Szene drin ist und das auch so ein bisschen seit 2008 mitverfolgt hat, ist das schwierig auch zu dröseln. Aber es wäre sehr, sehr spannend. Okay, zuletzt noch ein Thema, was ich ganz nach hinten verschoben habe aus einem bestimmten Grund, den erzähle ich euch gleich. Und zwar ist es das Thema MGTOW und Minimalismus. Wenn ihr nicht wisst, was MGTOW ist, ich beneide euch ein bisschen. Ich werde euch die Definition mal vorlesen, wie sie auf Wikipedia steht. Und zwar steht das für Men Going Their Own Way. Auf Deutsch halt Männer, die ihren eigenen Weg gehen. Das ist eine antifeministische, misogyne Online-Community, die Männer dazu aufruft, Kontakt zu Frauen zu unterlassen, beziehungsweise die Bindung an eine Frau durch eine Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft ablehnt. Kern der Ideologie der MGTOW ist die Annahme, dass Männer in einer vermeintlich frauenzentrischen Gesellschaft benachteiligt würden und es eine Doppelmoral bei den Geschlechterrollen gäbe, die die vom Teil des Feminismus angestrebte Gleichberechtigung infrage stellt. In MGTOW-Foren werden Frauen oft als Männer unterlegen, manipulativ, verlogen und feministisch indrücktoniert dargestellt. Äußerungen, die die Unabhängigkeit von Männern behandeln, beispielsweise Hobbys oder Fragen des Lebensstils als Single, sind in der Online-Community in der Minderheit. Die Mehrheit der Postlings richtet sich gegen die vermeintlich böse Natur der Frau und dass Männer von Frauen unterdrückt, missbraucht oder getäuscht worden seien. Ja, spaßig. Also MGTOW ist eine, gehört zu den ganzen Men's Rights-Geschichten. Im Prinzip ja, kein Bock auf Ehe und so, kein Bock auf Beziehungen ist ja völlig okay. Das Problem ist halt, dass die Männer halt nicht irgendeinen Weg gehen, sondern halt online bleiben und halt auch Frauen rumhaken. Was diese Community auch definiert ist, dass die Männer oft sehr frugal leben, weil sie zum Teil halt auch geschieden sind und unterhaltszahlen müssen. Und minimalistisch, also Frugalismus und Minimalismus spielen in dieser Community eine große Rolle. Und das ist natürlich ein interessantes Thema, weil man auch merkt, dass, also, oder sagen wir so, man findet manchmal Kommentare, wo gesagt wird, Frauen können nicht frugal sein, Frauen können nicht minimalistisch sein. Bei Frauen ist es eine rein emotionale Sache, mal sind sie so, mal sind sie so, aber sie sind halt nie stringent Minimalismus im Gegensatz zu Männern. Die natürlich total rational sind und das alles gut beherrschen können. Und ja, also mit einer Frau kann man nicht minimalistisch leben, in einer Ehe kann man nicht minimalistisch leben und nicht sparsam. Frauen wollen immer nur kaufen, kaufen, kaufen. Frauen wollen das Geld der Männer. Ja, also ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Nicht so lustig. Das ist irgendwo ein interessantes Thema. Und auch die Frage danach, wie viel Verantwortung hat die Minimalismus-Szene, sich von solchen Leuten zu distanzieren. Ja, also interessantes Thema. Der Grund, warum ich nie überredet habe, obwohl mir solche Kommentare schon untergekommen sind, nicht unter meinen Videos, aber ich habe unter einem Video von einem männlichen YouTuber mal so einen Kommentar gefunden, wo dann halt sich ausgelassen wurde über irgendeine YouTube-Minimalistin, die ja angeblich alles verraten hat und die blöde Bitch hat ja jetzt geheiratet und zwei Kinder gekriegt und so. Den kann man halt nicht vertrauen. Also es war wirklich, es kam so ein bisschen rüber, als wäre derjenige in die verknallt und jetzt hat sie aber irgendwie mit den anderen Kindern gekriegt und jetzt macht er sie halt nieder und jetzt ist sie halt nicht mehr minimalistisch. Bla, bla, bla. Ja, also die Gründe dafür sind einmal, um ein vernünftiges Video darüber zu machen, muss man natürlich sehr viel von diesen Inhalten konsumieren. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich so eine dicke Haut habe oder so stabil bin, dass ich mir stundenlang solche Inhalte anhören oder durchlesen oder angucken kann, ohne dass mich das irgendwie depressiv macht oder wütend macht vor allen Dingen. Ja, ich glaube, das wäre meiner mentalen Gesundheit nicht zuträglich. Aber natürlich braucht man das, man muss das machen, wenn man so ein Video machen will. Zweitens macht man sich mit solchen Videos natürlich auch immer zur Zielscheibe. Deswegen habe ich dieses Thema auch so weit hinten im Video versteckt. Weil wenn man damit mit den entsprechenden Keywords öffentlich geht auf YouTube, dann kann das natürlich jeder finden und jeder auch kommentieren. Und das sind dann nicht unbedingt nette Kommentare, aber nette Kommentare sind halt so die oberste Schicht. Wenn dich die Leute wirklich ins Ziel nehmen, dann gibt es halt auch lustige andere Sachen, die sie machen können. Ich habe neulich dieses Buch von Zoe Quinn gelesen. Zoe Quinn war das Zentrum von Gamergate. Ja, nicht so lustig. Übrigens ein interessantes Buch, ich werde es euch auch mal verlinken. Ja, und dann drittens, und die Frage kann ich halt nicht beantworten ohne Recherchen, aber was ich mich halt frage ist, wie radikalisieren sich diese Personen? Radikalisieren die sich hauptsächlich über Minimalismus oder auf einem anderen Weg? Ja, sprich, sind sie, entdecken sie diese Bewegung und sagen, hey, da will ich mitmachen und werden dann Minimalist oder sind vielleicht schon Minimalist und machen dann, konsumieren dann solche Inhalte oder machen solche Inhalte oder entdecken Männer Minimalismus und kommen dann zu irgendeinem männlichen YouTuber, der halt über MGTOW redet und sagen dann, jo, finde ich gut, mache ich mit. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es solche Lebenswürfe gibt, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Minimalismus war ein Teil dieser ganzen Bewegung ist, aber jetzt nicht unbedingt der Teil, der die Leute radikalisiert. Ein interessantes Thema, was ich noch nie irgendwo gehört habe, wo ich noch kein Video- oder Blogbeitrag zu gelesen habe, was bisher ziemlich ignoriert wird. Man muss jetzt sagen, allgemein ist sowas natürlich ein Problem für die Gesellschaft, weil da sich offensichtlich eine, wenn sie auch noch so klein ist, Gruppe von Menschen von der gesellschaftlichen Entwicklung irgendwie abgekoppelt hat und so eine Art Bubble bildet. Das ist natürlich nicht gut, aber ich kenne nur einen deutschen YouTuber, der in diese Richtung geht. Der hat unter 1.000 Abonnenten, also es ist jetzt irgendwie kein Riesenkanal und hat wahrscheinlich auf die Mitglieder schon großen Einfluss, aber es ist halt kein Kanal, der irgendwie jeden Tag 10.000 neue Abonnenten anzieht. Von daher, ja, ist ein Problem. Die Frage ist, inwiefern ist der Minimalismus dafür verantwortlich und vor allen Dingen, was kann ich dagegen tun? Wahrscheinlich eher nichts, gerade auch, weil ich halt zum verhassten Geschlecht gehöre. Ja, ansonsten, ziemlich interessantes Thema, falls ich irgendjemand mal dem annehmen würde, würde mich das sehr interessieren. Das waren jetzt erstmal alle Ideen, die ich noch so hatte, immer im Hinterkopf schweben, die mich interessiert hätten. Fehlen sicher noch einige, die mir jetzt nicht eingefallen sind. Wie gesagt, falls sich irgendein Thema davon interessiert, ich versuche so viele Quellen wie möglich unten in der Infobox einzufügen. Plus, wie gesagt, wenn ihr ein YouTuber seid oder Blogartikel schreibt, bitte, bitte bedient euch gerne bei diesen Themen. Und wenn ihr dann ein Video gemacht habt oder irgendwas dazu geschrieben habt oder Podcasts aufgenommen habt, dann dürft ihr mir das auch gerne schicken. Ich verlinke das sehr gerne. Das sind wirklich alles Themen, die ich für sehr interessant und wichtig halte, aber die ich leider nicht mehr behandeln konnte. So, damit ist das Video für heute beendet. Und ich, ja, schreibt mir mal, welches Thema euch am meisten interessiert hätte. Wie gesagt, Solarpunk mache ich noch auf meinem anderen Kanal. Aber der Rest wird leider unter den Tisch fallen. Es tut mir sehr leid. Ja, aber es kommt noch ein bisschen was. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.